Herzlich Willkommen bei Sakura Bonsai. Hier ist euer Mario. Heute ein Bericht über meinen Wacholder, circa 40 Jahre alt. Es wird Zeit den zu gestalten. Hier werden einige Äste fallen und ich möchte euch einfach einladen mir dabei zuzusehen. Hier werden natürlich einige Äste fallen. Wie ihr seht, ist einiges Totholz drin und mal schauen, wie mir das gelingt. Also werde ich mich nochmal anschauen, wie mir das gelingt. ich habe jetzt den baum entkernt vieles nicht mehr übrig als nächstes werde ich schon noch bearbeiten das totholz mit fräserbeiten danach eindrahten und dann gestalten so 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 ich habe jetzt den baum durch gedrahtet und werde jetzt ohne groß was zu erklären einfach mal loslegen aus nach so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Bäumchen ist fertig. Ich hoffe es hat euch gefallen. Zum Schluss nochmal ein Vorjahr-Nachher-Bild. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.